So, hallo und herzlich willkommen hier auf MTL Modding Team. Mein Name ist Cobra. Tag! Äh, und das ist so das letzte Video, so gut wie in diesem Jahr. Ähm, ja, ich möchte euch allen, fast allen, äh, einen guten Rutsch ins neue Jahr wünschen. Gesundheit, Glück, etc. Äh, aber meinen Hatern wünsche ich was anderes. Und zwar, dass euch doch bitte der Blitz beim Scheißen erschlägt. Besonders die drei Deppen, die ihre Kohlen zurückgezogen haben, so kurz vor Weihnachten. Ich hoffe, ihr habt einen schönen Rutsch auf die Fresse und euch trifft der Blitz beim Scheißen. Würde mich sehr freuen. Ein paar Hirnys Vanger. Wäre ich voll und ganz dafür. So, ähm, ja, dann machen wir noch kurz einen Jahresabschlussbericht. Also, äh, Mods Hammer Karte ist auch so gut wie fertig. Meine, umhängt hinterher, das ist ja nichts Neues. So, die Karte ist auch so gut wie fertig. Muss ich noch ein bisschen was Kleines anpassen. Da unten jetzt hier, äh, Hühner, Kühe, Pferde gibt's da unten jetzt. Deswegen ist da ein bisschen mehr Landmasse. Ähm, ja, was haben wir sonst noch? Pistenraupe hat's geschafft, fertig zu werden. Äh, meine Abonnenten hab ich auch erreicht, so wie ich das gerne wollte. Also, eigentlich ist dieses Jahr relativ vernünftig, bis auf das leider eure Spendenmoral ein kleines bisschen im Arsch ist. Es wäre schön, wenn sich das nächstes Jahr mal ändert. Und, ja, die Pistenraupe, die, bevor jemand fragt, nein, die gibt's nicht zum Download. Die gibt's für diejenigen, die spenden, die bekommen das Ding als Bonus. Aber sonst eher weniger. So, also, ich wünsche euch, äh, einen guten Rutsch. Äh, auch euren Familien und meinen Hatern wünsche ich einen guten Rutsch auf die Fresse und dass sie Doppelitz beim Scheißen erschlägt. So, das war's von mir. Bis zum nächsten Jahr. Euer Cobra. Tschüss.